Das sind keine Vorbereitungen für ein Pokerspiel und auch keine Zaubertricks. Das hier ist Cardistry. Cardistry ist ein Kofferbord aus Card und Artistry, also die Kunst mit Karten umzugehen. Cardistry gibt es seit 20 Jahren. Es hat sich als eigenständige Kunstdisziplin mit tausenden Anhängern weltweit etabliert. Und das alles ohne Wettkämpfe und Shows. Eine geschickte Drehung. Ein einhändiger Wolf. Der perfekte Kreis. Die richtige Bewegung im richtigen Moment. Das haben wir alle schon mal mit einem Stift oder einem Geschicklichkeitsspiel probiert. Manche, wie Dimitri Allery, haben das noch weitergetrieben. Er ist einer der renommiertesten französischen Cardisten. So der Name der Kartenkünstler. Bekannt ist er vor allem für sein Rifle-Fan. Ein Kunststück, bei dem sich die Hände nicht bewegen und die Karten nur über den Nagel des linken Zeigefingers ausgebreitet werden. Sieht gar nicht so schwer aus, aber... Man braucht wirklich sehr viel Übung. Den Leuten ist das vielleicht nicht klar. Aber jeder gute Cardist hat in seinem Zimmer auf seinem Bett hunderte Stunden geübt. Der Cardistry-Trend ging Mitte der 2000er Jahre los. Seine Wurzeln liegen in der Carto-Magie. Eine Art Zauberei, bei der mit Spielkarten Illusionen erzeugt werden. Etwa so. Zu den einflussreichsten Kartenmagiern des 20. Jahrhunderts gehört Di Vernon. Der Amerikaner hat 1957 ein illustriertes Zauberbuch geschrieben, das heute noch als Referenz gilt. Und? Es gelang ihm, den legendären Zauberer Harry Houdini zu täuschen, der von sich behauptete, jeden Zaubertrick zu durchschauen. Stark. Die Zauberer haben Fächer oder ähnliches gemacht, um die Zuschauer Karten ziehen zu lassen. Oder sie haben Figuren gemacht, um ihre Zaubertricks zu verschönern. Es gibt einige klassische Tricks wie den Spring. Diese Bewegung. Eine typische Geste bei Karten-Tricks. Und wer hat Cardistry bekannt gemacht? Dan und Dave Buck. Mitte der 2000er wimmelt es nur so von Subkultur-Videos. Skateboarding, Graffiti. Die Brüder aus Kalifornien hatten eine Idee. Eine DVD, auf der sie die einzelnen Schritte ihrer Tricks in einfachen, selbst gedrehten Videos zeigen. Mir gefällt an Cardistry auch die Community. Viele Leute teilen ihre Karten-Tricks und Kunststücke in Videos oder Tutorials. Ich denke, dieses Teilen führt auch dazu, dass Cardistry sich immer weiter verbreitet. 2013 führt Instagram die Videofunktion ein und die Community explodiert. Im selben Jahr gründen die Buck-Brüder die Cardistry-Con. Die erste Convention der Disziplin, auf der alle ohne Wettbewerb ihr Können zeigen. Cardistry schafft es sogar nach Hollywood. Diese Hände sind nicht die des Schauspielers Jesse Eisenberg, sondern die eines der Buck-Brüder. Cardistry ist zu einer eigenständigen Disziplin geworden. Und die braucht ihre eigenen Kartendecks. Karten, die dafür gemacht sind, grafische und farbenfrohe Figuren zu bilden. Durch die Muster kann man die Bewegung bei einer Drehung gut nachvollziehen. Cardistry ist aber nicht nur ein visuelles Erlebnis. Es wirkt auf alle Sinne, vor allem das Gehör. Ein bisschen wie ASMR. Nach einer Cardistry-Sitzung bin ich, glaube ich, ziemlich entspannt. Vor allem, wenn es mir gelungen ist, etwas Neues oder Schönes zu kreieren. Für mich ist es eine Art Meditation. Das ist eine Art Meditation für mich.